Musik 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 Oh, die Dights Das ist so, wir drücken nicht am Stück. Was ist das? Zitze 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 Guten Morgen, was ist denn hier? Ey, ja, was ist denn da? Wie geht's? Ja, und vor allem, wenn ich... ...mache ist, ja, ja. Jetzt sind die ganzen Mädels dahin. Ich will immer... Das ist alle Schauern. Was? Kim! Das ist ein heiliges Fisch. Wenn man nicht kommt, schon geht's Fischer. Alle sind Bild. Ohne will ich zur Tour schauen. Hopp! Vier Stunden kann das ausziehen. Strecken? Nö! Nein! Nein! Danke! Wie viele Rennen könnt ihr denn nehmen? Ah, das ist sehr schwierig. Je nachdem noch Strecke oder wie? Normal eines und zwei Training oder sowas. Tschüss bitte! Tschüss! Servus! Ja, Gerd muss mit dem Gehen irgendwo eine Kurve, dass wir sehen, was der Vorlenzer da hinten drauf macht. Mit, dass er nur noch drin liegt und schlafen. Ja, wo willst du denn? Ja, tue ich schon mal nach. Sauberreiften Maschinen. Ja, normal. Ja, normal. Wollen wir jetzt rein oder disregken? Wollen wir jetzt rein oder spielen wir ruhig? Was läuft? Ja, tatsache ich auf! Ja, man hat einen Schlauch. Ja. Das haben wir aus der Grenze verloren, die Spiegel hinten drauf. Nein, wegen der Öl verlißt du da. Das ist ja so. Ja, ja. Holtenfreiheit. Nein, wegen der. Freiheit. Die Schauspieler. Das hat Barsch gemacht. Das haben wir erst gemacht, das haben wir beim vorletzten Rennen, aber da haben wir ihn ganz richtig abgedichtet, jetzt haben wir das Ding abgedichtet. Die Öffnung müsste ein Ding krass sein. Nein, nein, das reicht. Das reicht. Beim Straßenmotorrad ist es auch nicht größer. Ja, stimmt. Hat der André sich dreimal gedreht. Oder waren fast die ganzen haben sich gedreht. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020